ja hallo freunde hier ist wieder euer holiday war am start mit judo tv meine best friend forever jetzt wird es echt jetzt wird schmeißig diesmal wird es panzerschlachten geben schicke panzerschlachten wie man hier sieht habe ich meinen t-shirt mit dem langen rohr was ich auch zwischen der hose habe das war nicht gelogen aber du kannst du schon auf bereit klicken du kannst eigentlich schon mal loslegen dann starten wir mal los und drücken die daumen dass es gleich finnland wird was noch nie jetzt findet mit dem neuen pc gezockt aber was richtig genau so würde was wahrscheinlich an der map nicht ganz stimme erst keiner kann nicht sein weil bei mir läuft der finland flüssig das hören dinge wir wollen nicht unbedingt alles wissen was bei dir flüssig läuft so statistiken jetzt hier ausfallen abbrechen das war die kleinen panzer titra trudela der schnall eingenommen ich habe gerade mit absicht den panzer hier nehmen willst du mehr auf verteidigung gehen oder gehst du auf angriff fleisch ich gehe gerade schon auf angriff aber mache ich auch gerade weiß nicht warum aber alles schießt auf mich gerade team käche wieder was alles nämlich mit hier brunnen milchkannen zaun mir scheißegal und wir schon mal gegner halt da bin ich ja echt ja ich bin hier ja ich bin noch hier vor ein aber schnell hier verstecken machte dich kaputt kann nicht so schnell reparieren was fehlt mir noch jetzt hier das fehlt mir noch echt das wäre ein ding jetzt die brücke der kinofilm hier bietet die zeit aus der außen haus ja deswegen verstecke ich mich auch in der haus wie bescheuert also wie neben ein und die mit sp 1 oder was er das ist doch richtig beendet hat das sei wie oh gott die mal als auf b gerade rüber also was los hier ist jemand oder was ich gehe jetzt darüber wenn ich ja auch kann nee warum ist es gleich zusammen wir sind doch jetzt hier auf muss ja irgendwann das sein ach du scheiße ist irgendwo einer ja der ist da hinten wir sind noch zu zweit da müssen noch mehr da sein weißt du was ich meine da kann auch nicht hinhauen muss mehr als einer seien eigentlich ach da oh gott hat aber ja doch mal die motions reserven erwischt er ist aber auch kaputt nämlich gleich mein t-shirt wo spon ich bin hier okay du dummes schwein da war da schnell als ich aber ein dickes bordeaux mein herrn rechtlich schlecht hallo der ist gleich rechts von dir das gegner ja ich habe ihn erwischt aber jetzt sind mehrere jaja woran sagen ich bin kaputt kaum um die ecke gefahren geguckt bin ich weg unglaublich oh gott oh gott das war ja mal schneller tot los ich komme wie viele hier sind ein sportpunkt wie viele hier sind am sportpunkt unglaublich er wäre weg da ist noch einer hinter uns ist auch einer er hat mir eine ganze heiter was annehmen ja recht zu einer darin ja durch draußen schossen das ist mies ich kann bei b nichts bombardieren scheiße das ist das ist blöd gemacht von den entwicklern ohne scheiß da habe ich hier gerade einen tiger mit auffassung a1 der links an der seite einen tiger auf ein tiger sticker jaja die jaja die jaja die jaja die jaja die jaja die jaja weil alle erschienen bleiben und ich gehe voran da wie so ein aria alter und alle bleiben hinter mir stehen die zecken ja das geht mir ja schon wieder so auf den sack gerade kann ich nicht jetzt kann ich wieder zugucken hier da will hier keiner zu ach gott das wenn wir jetzt voll verkaufen guck mal wie schnell alles abzieht er ach du scheiße aber eingesteckt ist gerade bei der folge oh ja aber auch schnell weg gezogen wie ein strich komisch schon wow dritter da gibt es noch welche die schlechter sind als ich kann mir gar nicht vorstellen ja so leute dann war es das wir mit dieser schönen panzerreichen folge let's play war thunder wir sehen uns bei der nächsten panzerrunde sag tschüss judo tschüss cheerio go 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017